Jetzt bei tm.tv FC Bayern forciert Umbruch nach Alaba Abschied, wer folgt auf Rose? Heute bei Transfermarkt TV, David Alaba hat seinen Abgang vom FC Bayern nun auch offiziell beschrieben. Im vergangenen Jahr hatten die Münchner ihr Vertragsangebot nach 10 und erfolglosen Verhandlungen zurückgezogen. Wohin es den Österreicher im Sommer zieht, ist noch unklar. Als Favorit gilt weiterhin der spanische Top-Club FC Bayern. Auch aber die Premier League scheint für den Defensiv-Unraum in Frage zu kommen. FC Bayern forciert Umbruch nach Alaba Abschied, wer folgt auf Rose? Ungeachtet dessen treibt der FC Bayern seine Planungen in der Abwehr vorab. Neben Leipzig Star Y.O.T. ab A und B.K. und auch Linksverteidiger. Und wahrlich als vom FC Köln mit Blick auf die Position des Rechtsverteidigers hat der deutsche Rekordmeister den Vernehmen nach zu den Verhandlungen bei der Personalie Max Ahorns. Glaubt ihr, dass der FC Bayern in der Verteidigung mit diesen Neuzugängen gut aufgestellt wäre? Marc Ahorns rechter Verteidiger 20,00 Millionen Euro. Es ist fix. Marco Rose wird neuer Cheftrainer bei Borussia Dortmund. Die Fohlen befinden sich deshalb ab sofort auf der Suche nach einem geeigneten Nach. Laut der BILD gibt es derzeit vier Kandidaten für den im Sommer vakanten Trainer Posten. Florian Kohfeldt, Werder Bremen, Erik Den Haag, Ajax Amsterdam, Jesse Marsch, RB Salzburg und Gerardo Seohane. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017